Hallo. Hallo. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sehr gut gerade. Ich hole mal eben hier was geschnittenes. Nicht am Stück. Das Thema M4 hat ja eine sehr hohe Priorität, wie wir hier raushören. Anhand der Videomenge. Und zwar wollen wir das Auto ja rundum richtig schön perfekte Humor machen. Auf jeden Fall wollen wir nämlich bei dem M4 eine richtig fette Bremse montieren. Und zwar eine Bremse, weil ich finde das Thema Caseboard passt halt gut so an Japaner oder an den Mustang oder sowas oder an Japaner zum Beispiel. Aber bei einem deutschen Kfz wollten wir etwas montieren, was nicht Caseboard ist, sondern was Movit ist. Stehst du? Ja, richtig. Nehmen bei, äh, der Deal ist so, ich erkläre euch mal jetzt was ist, ne, jetzt ist es wie der Werbung ist hier. Und zwar, äh, kriege ich einen ganz geilen Preis, weil die machen mit meinem Auto dann TÜV. Nur, ich weiß nicht, ob der, ob der TÜV Gutachter einen Schreikrampf kriegt, wenn er die Farbe von den Bremsen sieht. Wir machen diesmal auch anders. Wir gucken uns erstmal, wir gucken uns erstmal die Scheiben an. Da sind sie. Boah, Alter, verteilt. Das ist hinten. Ja, feier auf. Der Karton war schwer. Die Bremse hat nicht so schwer. So, links, rechts. Okay, jetzt kommt es vorne. Boah. Nächste Problematik ist, bekanntlicherweise fahre ich ja die BBS-Räder auf dem M4 und wir haben ein bisschen Tiefbett. Oh. Ja, das heißt, vielleicht hat der Krämer dich auch so ein bisschen vertan, ne, und dann passt der ganze Kleideradatsch nicht. Was natürlich nicht so geil wäre. Boah, bist bereit? Jo. Puh. Finde ich auch. So, und genau. Das heißt, das Ganze bekommt TÜV nachher gemacht anhand unseres M4s. So, jetzt war es ja langweich, ne, so vier Ringe. Jetzt kommen wir zum Thema Fremsettel. Du weißt gar nichts, ne? Nein, null. Okay. Ich weiß es nur von der Rahl-Farbliste. Und wo ich das geschickt habe, hatten die sich nochmal gemeldet und haben gefragt, ich glaube, sie haben sich vertan, Herr Krämer. Die Farbe können sie nicht gemeint haben. Ich so, doch. Doch. Sie sind ja ein verrückter Vogel. Jo. Jetzt kommts, Alter. Oh, oh. Oh, ist geil. Ready? Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, Mann. Boah, richtig geil. Gut, ne? Ist das geil. Ist das geiler Scheißmann. Ja, Mann. Boah. Genau meine Farbe, ey. Ja, Mann. Erstmal das und vor allem der Wagen ist also clean und weiß. Ja. Was meinst du, wie schick das kommen wird? Und das sind die hinteren Bremsen. Warte, da hab ich ein bisschen vorne und gleich an. Die gefällt mir gut, ey. Gute Farbauswahl. Das Thema. Danke sehr. Ja, bitte. Wir beide befruchten uns ja farbtechnisch eh andauernd gegenseitig. Versfruchte, befruchte, befruchte. Was ich auch löblich erwähnen muss, dass die von Movid komplett vormontiert sind. Das heißt, Klötze, alles ist schon drin. Das ist nicht so normal. Nice, nice. Finde ja auch. Machen sie schon mal ganz gut. Die Qualität ist auch sehr schön. Der Sattel ist zweiteilig. Genau, der ist hier geschraubt, der Bremsattel, aus zwei Billet-Teilen. Gehe ich mal stark davon aus. Es gibt ja noch Bremsattel, die sind aus einem Teil gemacht. Aber das ist jetzt ein Sattel, der aus zwei Teilen ist. Das ist schon mal ganz gut. Das steht da drauf, Billet. Upsi. Ja. Jetzt geht's nach vorne. Bremsattel sind minimal größer. Oh, ich freu mich. Oh Gott, Jonas. Oh ja. Oh Gott. Boah, geil. Ich denke, das kann man so machen. Ich denke auch. Mut zur Lücke. Sex, ey. Mut zur Lücke. Und dann haben wir die blauen Decke von den Felgen. Das wird, glaube ich, eine gute Kombi sein. Die Bremsklötze sind auch nur zwei Stück. Normalerweise ist bei, öfter bei sechs Kolben oder bei größeren Bremssatteln oder bei acht Kolben Bremssatteln auf der Vorderachse, dann dort sind zwei oder vier Klötze montiert. In diesem Fall aber nicht. In diesem Fall hat der Bremssattel einen Klotz, so wie es bei Porsche oder bei vielen anderen großen Bremssatteln auch so üblich ist. Es gibt auch zum Beispiel Systeme, wo pro Kolben ein Klotz ist. Hab ich auch schon mal gesehen. Okay. Keine Ahnung. So, die Klotzgröße, wie wir hier sehen können, ist im Vergleich zur Serie ganz schön üppig, aber wir vergleichen das gleich nochmal. Da kommt er nämlich auch gerade rein, der M4. Der Manni bringt den gerade. Schau mal da. Wir vergleichen nämlich gleich nochmal das Gewicht von verschiedenen Sachen, wenn wir das zeitig noch hinbekommen. Plus wir vergleichen die Klotzgröße. Weil man darf nicht vergessen, der Klotz ist schon das, wo die Reibenergie entsteht. Und dieser Klotz drückt sich über die sechs Kolben, also drei Kolben hier und drei Kolben da, an diese Bremsscheibe dran. Und der Durchmesser und die Masse der Bremsscheibe nimmt diese Reibungsenergie auf. Das heißt, eine relativ große Bremsscheibe kann die Sitze aufnehmen, braucht aber auch relativ lange Sitze abzugeben. Ja? Das ist halt Vor- und Nachteil. Ich persönlich bin gar nicht so ein riesen Freund von Carbon-Bremsscheiben. Ich mag eigentlich diese Stahlbremsscheiben sehr gerne, weil der erste Kontaktmoment ist immer sehr klar voraussichtbar, also vorausschaubar. Du hast halt nicht diesen toten Moment, weil oftmals sind Keramikbremsanlagen wirklich im ersten Moment komplett tot. Da trittst du rein, damit ist da gar nichts. Und im Regen ist es noch schlimmer. Und das hast du halt bei einer Stahlbremsanlage auch, aber deutlich reduzierter. Wir haben hier zweiteilige Bremstöpfe. Wir haben einen Aluminiumbremstopf mit einem Stahlreibring außen drumherum. Und durchmessertechnisch sind wir da bei 398 mm. Wir messen das mal eben Sekunde. Und viele gehen immer von dem Durchmesser aus, aber die Dicke ist halt auch nicht unwichtig. Moment. Viel kann da nicht leider. 396 mm würde ich sagen. Das ist die Vorderachse. Und auf der Hinterachse, da müssen wir noch was zu sagen gleich, weil das ist der Handbremsbereich hier hinten, sind wir bei 380 mm. Früher waren 380 mm auf der Vorderachse absolute Mörderbremsen. Jetzt fahren wir schon vorne fast 400. Und hinten 380. Dieser Bereich hier innen drin ist für die Handbremse gemacht, deswegen haben wir auch hier diese Fläche. Das heißt, hier packt nachher die Handbremse rein. Hält die sich fest. Wir haben hinten serienmäßig auf dem M4 einen 1-Kolben-Bremssattel. Also 2-Kolben, also gegenüberliegend. Hier hingegen ist ein 4-Kolben-Bremssattel auf der Hinterachse. In der Vorderachse serienmäßig ein 4-Kolben-Bremssattel. Was nicht schlecht ist. 4-Kolben-Bremssattel sind eigentlich oftmals sehr, sehr angenehm. Doch vom Bremsgefühl her, weil die nicht super bissig sind. Und haben dann nachher einen 6-Kolben-Bremssattel auf der Vorderachse. Dazu kommt, dass wir mit der Leistungssteilung, die wir nachher fahren wollen, wirklich in Problematiken kommen, auch mit der Bremsanlage. Aber das Auto wird sich geschwindigkeitsmäßig schon deutlich erhöhen. Dazu kommt das Gewitter. Auch gleich wird es kühl. Ich glaube, der Kubik hat gepufft. Kann natürlich auch sein. Die Bremsleistung der Bremsanlage ist für eine einmalige Verzögerung aus hohen Geschwindigkeiten auch okay. Diese großen Bremsanlagen brauchst du mehr, wenn das Auto in der Lage ist, nach einer kürzeren Abkühlphase wieder höhere Geschwindigkeiten zu erreichen und dann wieder abzukühlen. Das sind diese Momente, wo du es brauchst. Plus, wenn die Bremsbeanspruchung einfach deutlich härter ist, wenn du einfach nicht runterbremsen musst, sondern du musst das Auto wirklich ankern, Kurve beschleunigen, ankern, Kurve beschleunigen. Und dann sind da, wo die Risiken entstehen, wo einfach so eine Bremse irgendwann ganz hart wird. Und du hast einfach gar kein Bremsgefühl mehr. Die Hitze, unfassbar in der Bremsscheibe. Das heißt, die kann keine Hitze mehr aufnehmen. Deswegen auch die Masse und die Größe. Plus, der wiederkehrende Punkt, wo die Hitze aufgenommen wird, ist ja hier weiter weg als hier. Ja? Das heißt, die Bremsscheibe ist da etwas kleiner. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Kann einfach weniger Hitze aufnehmen. Plus, wir haben auch weniger Kontaktfläche, die diese Energie, diese Vorwärtsbeschonungsenergie vernichten kann. Weil wir haben hier, sehen wir gleich, relativ keinen kleinen Klotz, der das Auto nur zum Bremsen bringt. Miss Heiß. Ja, ne? Mir auch, ey. Ja, wir gucken gleich nochmal. Und du musst wieder schneiden, ne? Vielleicht mach ich das auch gleich mit meiner eigenen Cam. Okay. Oder willst du mitkommen? Weil ich glaube, es geht relativ schnell. Weil es ja alles vormontiert. Sind da eigentlich auch Bremsleitungen dabei? Wir können mal eben das Montage-Kit angucken, was hier dabei war. Ja. Stahlbremssysteme. 40 Bremsungen aus 70 kmh auf 20 kmh mit leichtem Pedaldruck. Nach 10 Bremsungen ist die Abkühlphase von 2 Minuten mit 120 kmh einzuhalten. Die Kühlzeit ist während der Fahrt mittels einer Stoppuhr zu kontrollieren. Das ist wirklich sehr wichtig. Warum ist das so? Sonst können nämlich die Klötze verglasen. So eine Scheibenoberfläche kann auch eine zu dolle Hitzebeanspruchung bekommen. Obwohl das Metall dort sich noch nicht dementsprechend gesetzt hat. Das heißt, die Scheibe kann sich verziehen. Die Klötze können verglasen. Vielleicht können wir mal ein Bild davon reinmachen. Man kann das manchmal sogar erkennen, wie so ein Klotz von der Oberfläche her aussieht. Das heißt, der Reibwert des Klotzes ist einfach dann regeringer. Und somit ist dann diese Bremsleistung zu schlecht von so einem Klotz. Das heißt, wenn ihr so eine große Bremsanlage habt mit sechs Kolben, acht Kolben oder sowas, fahrt die mit Gefühl ein. Die meisten Werkstätten fahren die für euch ein. Weil einfach der Kunde nachher immer sagt, ich hab das gemacht, wie sie gesagt haben. Und die Kosten, die dann entstehen, sind gigantomanisch, wenn da was kaputt ist. Weil neuer Reibring, neue Klötze, was weiß ich was. Das heißt, schon mit Gefühl einbremsen, sowas. Heißt, verglasen, dass die Oberfläche... Fürs Klotze. Genau, das Klotzes quasi zu glatt ist. Ja. Zu wenig Reibung. Mhm. Bahnkontakte für Vorderachse, Hinterachse. Geil. Bremsleitung auch dabei. Geil. Ah, Adapter. Klar, wir sind ja viel weiter draußen. Wir sind ja in einer ganz anderen Position als vorher. Okay. Also ziemlich komplett. Hier ist zwar ein Gutachten bei, aber das ist für die Bremsleitung. Weil hier müssen wir nachher noch TÜV machen. So, jetzt ist das Ganze dran und dann müssen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht. Und vor allen Dingen, wie es bremst. Und dann, weißt du was? Wir bremsen die... Wir machen das zusammen. Die Einfahrphase. Das ist eine gute Idee. Ja. Dann machen wir es genauso mit Stockuhr, dass wir das Ganze wirklich schön gleichmäßig einbremsen. Guck mal, hier sogar mit Strich. 40 Bremsungen. 70 auf 20. Wie man das machen soll, weiß ich zwar nicht genau. Abhaken oder was? Das dauert auch richtig, ne? Guck mal. Zehn Mal machst du das und dann zwei Minuten Pause dazwischen. Ja. Kriegen wir aber hin. Guck mal. Dann haben wir eine perfekt eingefahrene Bremsanlage. Aber die Frage erstmal ist, ob die Frage dann noch passt. Ja, ist richtig. Okay. Wir haben hier Platz. Ja. Aber zwischen dem und dem Platz sind natürlich auch leichte Baubrößenunterschiede. Ja, das sollte aber funktionieren. So, los geht's. Hallo. Hallo. Ich liebe hier gerade so. Ja. Es gibt kaum Sachen, die geil sind als warmer Asphalt. Das stimmt allerdings. Was? Diese, 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 äh, esoterische Wärme, die durch meinen Rücken durchzieht, aufgrund dieser Asphaltwärme, ist faszinierend. Hot Down. Ja. Massage. Motorsport oder, oder Rennstrecken heilen. Deswegen sollte man sich auch immer auf eine Rennstrecke legen. Ich glaub, es ist gewittert. Ja, Felgen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wann wir das Video zeigen, aber ich denke, das ist später. Hoffe ich. Das kommt später. Ja. Hallo. Helena. So, los geht's. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen, das wollte ich euch eben noch mal zeigen. Gewichtstechnisch ist das, ja, also mehr Masse kann sich auch mehr Hitze aufnehmen. Aber wir vergleichen einmal jetzt die Sättel und die Scheiben, weil die originale Scheibe ist nämlich nur, Sekunde, die originale Scheibe ist, glaub ich, nur ein Zentimeter, anderthalb kleiner als die große. Oh, okay. Aber die sieht viel kleiner aus. Ja. Also, wir gucken mal eben hier, das ist schon an. Originaler hinterer Bremssattel mit Klötzen, 3,84 Kilo. Movit, 4 Kolben, 3,82 Kilo. Also, das ist identisches Gewicht, liegt daran, weil es ein Billetsattel ist, 4 Kolben zu 2 Kolben. Das ist schon mal ein sehr gutes Verhältnis. Also, größerer Sattel, aber leichter. Verhältnis. Ich komm, bring den Rest, bleib hier. Okay. So, original Vorderachse, 4 Kolben, 5,10 Kilogramm, bin ich gespannt. 5,10 Kilogramm zu, 6 Kilogramm. Boah. Krass. Ja. Und jetzt können wir auch auf den Punkt nochmal zu sprechen kommen. Die Kontaktfläche, wenn du in die Eisen reinsteigst, ja, ist dieser, diese Kontaktfläche baut Druck auf auf die Bremsscheibe im Vergleich zu dieser. Ja. Das heißt, da kriegt man ja schon mal eine Idee, wo die Bremsleistung auch herkommt. Das ist also nicht nur immer, man soll nicht immer nur den Sattel angucken, sondern der Abstand der Kolben verrät schon mal so ein bisschen, was los ist. Weil wenn du jetzt den Kolben in der Mitte hättest und der Klotz wird zu weit darüber hinaus gucken, würdest du ja mit der Kraft in der Lage sein, den Klotz durchzuknicken. Das willst du ja nicht. Also muss der Kolben schon relativ plan hinter dem Klotz sitzen. Also da haben wir schon mal ein Kilogramm höheres Gewicht und sind von vier Kolben auf sechs Kolben gegangen. Herr Manni, baut das gerade schon mal auf. Jetzt vergleichen wir mal eben die Hinterachsscheiben. 9,24. Oh. 13. Okay. Boah. Das sind dreieinhalb Kilo. Das ist auch viel dicker, ne? Deutlich dicker. Ja. Kann man so ganz gut sehen. Boah, das ist ein Riesenunterschied, ne? Ja. Vorsichtig hinlegen. Ne? Ja, sieht man auch schon. Okay, jetzt wird's glaube ich nochmal ein ganzes Stück extremer. Aber das wollte ich euch zeigen, weil das ist die originale Bremsscheibe und ich finde, die wirkt gar nicht so extrem immer, wenn man die so sieht. Aber die ist ja gar nicht viel kleiner. Ne, habt recht. Boah, die ist leichter als die hintere zweiteilige. 11,1. Zu. Jetzt geht's ab. Ziemlich wirklich schwer. 14,25. Das heißt, ungefederte Massen steigen, Bremsleistung aber dann auch. Okay, wir bauen weiter. Ja, bis gleich. Guten Tag. Jetzt sind wir auch schon im M4 drin. Ich hab ja schon ein paar Mal gehört, wir wollen ja, dass das Auto so ein richtiger Perfektionsbolzen wird. Somit wollen wir auf die Bremse wirklich perfekt einfahren, dass die auch genau die Klötze nicht verglasen, die Scheibe nicht kaputt geht und dass der Klotz sich auch genau anschmied an die Scheibe. Jetzt haben wir hier dieses Einfahrprozedere für die Bremsanlage. Stahlbremssystem. 40 Bremsungen aus 70 kmh auf 20 kmh. 40? 40 Stück. Doch. Mit leichtem Pedaldruck. Jetzt denkt ihr euch, hm, wo mach ich das? Hm? Denkt der Krämer sich auch. Also wir fahren oben zur abgesperrten Teststrecke. Jetzt keine großen Sorgen machen, dass man sich irgendwie denkt, ja, aber wenn ich da hinfahre, bremse ich ja auch. Einfach mit minimalstem Pedal das Auto zum Stillstand kriegen. Keine Testen so, wie gut geht ihr in die Bremse und sowas. Das nicht machen, weil das geht in die Hose, Jungs. Sondern wirklich einfach nur in Ruhe ranbremsen an das Ding, okay? Und das machen wir jetzt eben. Wir fahren jetzt ganz in Ruhe da oben hin, weil dort können wir nämlich gewährleisten, dass wir das Fahrzeug überhaupt auf 20 kmh runtergebremst bekommen. Ohne, dass wir den Verkehr behindern. Weil das ist wirklich eine Sache, da müsst ihr tierisch drauf aufpassen. Okay, okay. Wir fahren ja hin bis gleich. Tschüss. So, wir sind jetzt gleich an der Stelle, wo wir ganz in Ruhe das machen können. Ich hieße mal vor. Nach zehn Bremsungen ist die Abkühlfahrt von zwei Minuten bei 120 kmh einzuhalten. Zwei Minuten und 120 kmh. Ist auch weit. Die Kühlzeit ist während der Fahrt mit einer Stoppuhr zu kontrollieren. Stoppuhr auch noch. Leute. So, wir beginnen mit 40 Bremsungen, 70 auf 20 kmh. Was steht das hier? Ist das immer so mit so einem Zettel, wenn man neu erkennt? Nee. Deswegen ist es auch so geil. Deswegen machen wir es auch zusammen hier. Ganz ehrlich, das war schon Nummer eins. Das war nämlich genau 70. So, 70, mittlerer Pedaldruck. 70, 20. Geht schneller als ich dachte. Ehrlich, geht eigentlich schnell, ne? Aber, ganz ehrlich, mit dem Zettel macht das Sinn, dem Stift. Wenn das nämlich jetzt nicht so mitzieht, ist das so ein Quatsch mit deinen Kollegen oder sowas. Ja, wir machen mal weiter. Bis gleich. So, erste Prozedere ist durch. 40 Bremsungen, 70 auf 20 kmh. Nächster Schritt ist 10 Bremsungen, 140 auf 60 kmh. Mit mittlerem Pedaldruck. Abkühlphase nach der fünften. Wirklich nicht so lange gedauert, wie wir gedacht sind. Nein, gar nicht. Das Bremssystem befindet sich nun im vorkonditionierten Zustand. Der Belag ist nun zu 20% an die Bremsscheibe angelegt. Das Bremssystem muss weitere 500 km eingefahren werden. Während dieser Zeit sind Vollbremsung und hohe Belastung zu vermeiden, da sonst die Bremsscheiben und Belege beschädigt werden. Okay. Okay, gut. Hier haben wir jetzt schon mal das Anfangsprozedere. Die 500 km fahren wir jetzt nicht in diesem Video. Aber, was ich mal machen möchte, ist, ich möchte jetzt einmal, keine Vollbremsung machen, aber ich möchte einmal euch wiedergeben, was ich fühle, wenn ich jetzt so aus 140 so reingehe, mit Gefühl. Ist gut. Ja, ist gut. Das war jetzt von 140 auf 30. Keine Vollbremsung. Sondern dosiertes Bremsen mit einem gewissen Gefühl. Sollen wir mal von draußen filmen, vielleicht? Dann lasse ich hier einmal hier raus. Dann gucken wir uns einmal von draußen an. Okay, ich würde sagen, wir machen den jetzt nochmal eben. Sollen wir den sauber machen, die Bremse? Ist viel Bremsstopp drauf? Ich habe nicht geguckt, genau. Okay. Ich würde sagen, wir machen den eben einmal sauber und dann gibt es noch eine kleine Runde Porno drauf. Yes. Geht auch nicht gleich. Und bis zum nächsten Mal. Blo котором wir den. τιgern- Wir tun deine Runde hoch. Wir gehen auf 30 yüzünder Franken. Not so können. شي wirklich nur diese HINDER rename. Und bis zum nächsten Mal. Das ist jedes Mal. Ich hab dich